Alter Schwede, so ein geiler Bugatti Veyron. Wie geil. Schon in der Farbe so schwarz-orange. Schon geiles Auto. Einfach komplett random Bugatti. Wie geil ist das denn? Geil. Geil Mann. Geil. Schönes Auto auf jeden Fall. Aber guck, ein random Bugatti einfach. Ah, damit es jetzt angegeht, hier kommt man auch noch vorbei. Na geil. Cool. Cool. Danach finde ich nochmal dieses Auto, wenn der rauszettet, war auch schon ein geiles Fahrzeug. Bugatti Veyron. Schönes Auto auf jeden Fall. Geil. 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 So Leute, jetzt zeige ich euch den Borgatti Viro, so schöne Farbe orange, also schwarz-orange, komplett voll random der steht, aber voll geil. So ist es nicht zum ersten Mal hier in Monaco, ich weiß, ziemlich schickes Detail, schönes Auto, kann man so Nein sagen. Ja, ziemlich schön, schöne Felgen, also alter Modell und ja, echt schön, auf jeden Fall wieder aussieht. Okay, dann bis später.